Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freunde von Let's Play Let's Play, Let's Play Cool Das ist nicht gut Was sind denn das für Teile? Let's Play Skyrim Oh mein Gott Ich trage schon wieder zu viel Das ist doch Pfeimerbogen 24 26 Links ist der schon auch fein Aber dann kann ich meinen Jagdbogen ja wegwerfen Brauche ich ja dann sowieso nicht mehr Pfeile Gold 16 Gewicht 18 Menschliches Herz Gewicht 1 Schwaches Gift Ja dann möchte ich mal gucken Der hat Gewicht 11 Der hat Gewicht 11 Und der hat Gewicht 15 Was kann ich denn mit dem anderes machen? Geh schon raus Boah Oh Ich bin vergiftet Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ich bin, oder? Pfeile Pfeile In dem Fall ist der Bogen irgendwie scheiße Steinfall Stopp! Objekte Anderer Bogen Objekte Weicher Das ist nicht gut Es ist nicht gut Ich bin gar nicht Schuppenschwamm Fall mal Ohr Ähm Ach, wo stehst du denn jetzt? Ah, da Ach Ich hab noch nicht mal gesehen Muss ich allerdings ein bisschen warten bis ich mein Level wieder auf Bringt Die drei sind irgendwie scheiße Keine gute Idee Einfach mal dran vorbeilaufen Nein Okay, okay Nein Ist auch zu schwer Kann ich hier schon Ähm Was von oben machen Nein, geht auch nicht Ja, lauf! Wow Ich hab's geschafft Aber warte mal Ich bin ja vergiftet Vielleicht sollte ich das mal weg machen Magie Ausdauer verstärken Feuerschein Feuerschein Dieb sein Kaiserliches Glück Okay 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 Ich habe Angst Das ist Und das Ist nicht gut Geil Oh Hallo Nein Nein Böse 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 Nie mich angreifen Aber jetzt habe ich wieder nicht geguckt Wie viel Die brauchen Vampir Stau Ach ja, wieso nicht Ein bisschen Vampir Stau So, Fall mal Fall Schaden 7 Okay Okay Das bringt wohl nicht so ganz so viel Wir haben sie wieder diese komischen Becher und so weiter Hier Kann man scheinbar nicht schlafen Scheinbar nur diesen komischen Tupen da vorbehalten Oh mein Gott, ich kann hier Sachen D verzaubern Speichern Siebes Metall Schale Das ist doch mal geil Ja Oh Ah, ich habe hier nur ein Alchemie Labor Ja Ja Ähm Nein, Zutaten Was ich habe für alle Der hat Ausdauer senken Anfälligkeit für Magie Gesundheit sind Ja Ja Das ist noch nicht mal Alchemie Das ist nicht der Tisch, den ich suche Was passiert denn, wenn ich Zwergenöl esse? Hallo? Nein, nein Wo war das? Wo war das? Hier? Ist das Ding hier? Oder gehört das da dazu? Gehört das? Ähm Das müsste eigentlich ganz unten sein Zwergenöl Essen Anfällig Anfällig Uh Ist vielleicht nicht so ganz klug gewesen, Zwergenöl zu essen Naja, ich habe davon gespeichert Aussehen müsste der Müsste der gleich wieder weg sein Kann man jetzt hin 13 Sekunden Ja Der Rest ist alles okay 2% anfälliger 2% 2% 2% 1% 4% 1% 4% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% sonst ok das sind auf jeden Fall Leute oh mein Gott oh stopp 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 Magie Flamme und Feuer Feuer und kommt her Feuer Stopp Objekte und das Schild Uhu Uhu Da will jetzt jemand wissen Hoa Oh Das war gut dass ich gerade so noch gemisselt habe Es wäre recht ausgegangen anders Menschenfleisch Ein bisschen Licht Ähm Ja Nehme ich wieder meinen Bogen Schliebe meinen Bogen Oh Da sollte ich in der Zeit nicht durchgehen Brauche ich gar nicht Ich denke Ich kann hier drüber gehen Die Frage ist nur Das alles koscher ist Scheinbar sind die Leute alle schon hier weg Das ist doch super Das sind alle schon Cool Benutzten Ambos Kann ich sowas machen Kann ich sowas machen Sonstiges Nichts 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 Okay Ja Ich möchte dass keiner mich sieht Das wäre auch viel zu auffällig wenn mich jemand sieht Oh Oh Da ist ein Hebel Da oben Hier müsste es weiter gehen Nein Jetzt kann ich weiter Oh Das ist ein Start Schwierig Oh Oh Das ist auf der anderen Seite Oh Oh mein Gott Hier gibt es nichts Das ist gut Das ist gut Das ist nicht gut Aua Böse Ganz 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 böse Ganz böse Nicht gut Oh Stopp Erstmal was trinken Und zwar Dank der Gesundheit Dank der Heilung Dank der kleinen Heilung Dank der kleinen Heilung Ah Oh Okay Da war ich tot Das ist nicht gut Das war dumm Das war ziemlich dumm Das war ziemlich ziemlich dumm Sollte man nicht nochmal machen Sollte man nicht nochmal machen Zumindest versuchen Vielleicht kannst du ja eine rein drücken Oh ne Ich muss von hier aus wieder an Oh scheiße Wieso nur Wieso habe ich nicht gespeichert Wieso habe ich diese scheiß Pfeile Sprechen verbessert Kann ich andere Pfeile nehmen Objekte Pfeile Alte Nordpfeile Stahlpfeile Die Nordpfeile sind sogar besser Erstmal Stahlpfeile nehmen Hau Hallo Wollte ich doch mal sagen Hier Hallo Kannst du dich nicht Set Set Ver So Farmerpfeile Stahlpfeile Oh Ich glaube wir sitzen gerade Mitten Im Feuer Hier So Ist alles ok Alles ok Ist auch alles ok Oh mein Gott Oh mein Gott Hallo Stopp 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 Erstmal Trinken Dann Anders Schwert An Schild Her Dann nehmen wir Flamme Stehen auf Stehen auf Und laufen Scheiße Egal Laufe Und Mache Feuer an Komm her Mache Feuer Aua Stopp Objekte Schild 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 Wo bist du da bist du Schild So Blitzresistenz Gift der Furscht Ja, äh, Frostgift. Hallo? Ich möchte Eisresistenz haben. Ehe. Dann. Feuerresistenz brauche ich nicht. Gesundheit. Dann. Tank der kleinen Heilung. Dann. Ah. Oh, geil. So. Waren das alle? Ja, es waren alle. Juhu. Super. Ah. Das ist der Seelenstein. Scheißtyp. Gold. Gut. So. Und damit würde ich auch wieder hier sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt nochmal kurz nach da vorne. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.